Hey Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 15. Ich hab keinen Plan mehr, wo zum Teufel wir waren, bzw. was wir gerade machen wollten. Ich glaube, es war irgendwas mit Chocobos. Einmal Chocobo fotografieren. Genau, das war's. Oh, wir sind alle sexy Nasshalle, Löchern. Leute, wollt ihr nicht mal eure Kleidung aufhängen zum Trocknen? Was? Ja, wo waren wir? Genau, wir haben im letzten Part, war das der letzte Part? Ich glaube, unsere erste Beschwörung bekommen. Und zwar haben wir Titan erledigt. Es war sehr, 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 sehr schwer. Beziehungsweise ich war irgendwie überfordert mit dem Kampf und wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war sehr cool und ich finde, es ist eigentlich auch richtig, wenn die Entwickler es hinbekommen, dass man komplett überfordert ist. Ich finde, das ist cool, weil es halt einfach so einen WTF-Moment gibt und man geflasht ist. Und ich bin's immer noch und Respekt davor. Ich finde es jedenfalls sehr cool. Und genau, Arden hat uns dann ja dorthin gebracht und auch gerettet, in Anführungsstrichen, obwohl ich ihm ja nicht traue, weil er ja bekanntlich der Kanzler aus Niflheim ist, wie wir herausgefunden haben. Ja, der Typ war doch von Anfang an nicht ganz koscher, wilder Fremder am Arsch. Und wir können Niflheim nicht trauen. Ich möchte Niflheim nicht trauen, weil die unserem Deli und unsere Stadt und alles aus dem Gewissen haben und dass unsere Feinde sind und die böse sind. Und don't trust Niflheim. Und unsere Regalie haben sie auch geklaut, die Säcke. Deswegen sind wir jetzt mitten in Daskae und haben nur Chogobos und können zu Fuß laufen und ja, alles ein bisschen doof. Und was haben wir noch erfahren? Ach ja, Luna. Genau, Luna ist auch auf dem Weg zu den Beschwörungen bzw. eben diesen Göttern und eben wird so gesehen den Weg für Noctis. Warum wir nicht zusammenreisen können, I don't know. Ich habe ein bisschen Angst um Luna. Ja, ich hoffe, das läuft alles gut und ja, wir müssen jetzt jedenfalls als nächstes zu Ramu, denn in Daskae ist gerade voll der schreckliche Sturm. Und genau, der lüftet sich erst, wenn wir Ramu, ich sag mal, willig gemacht haben. What? Ja. Äh, genau, wir müssen stärker werden und Sidney kümmert sich um Regalia, das ist gut. Aber der Kampf auf der Cortez-Platte, naja, die haben uns aber auch schon vorher gesehen. So ist es ja nicht beim Königsgrab und so, ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, das ist alles ein bisschen strange. Und bevor wir jetzt aber Hauptquests haben, wir einige, äh, einige Sidequests, die ich gerne machen würde. Und ich möchte mich natürlich auch ein bisschen umgucken und deswegen, joa, wollte ich das jetzt gerne machen. Ähm, obwohl ich muss sagen, es sieht, obwohl dieser Sturm ist und selbst Ekelwetter, finde ich, sieht einfach trotzdem cool aus. Muss man einfach mal sagen. So, wir holen mal unser Chocobo. Der süße, random gespawnt. Oh, okay, so süß. Ich mag den immer noch. Du sollst dich raufsetzen und nicht springen. Ja, ja, ich weiß, ich bin doof. So, da hinten. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. So einfach. Weil, ups, ein Baum. Wie komme ich da überhaupt hin? Über mir? Was? Über mir ist Scheißwetter. Oh, nee, sag ich, dass es das Imperium jetzt nach mir sucht. Please. Lass mich in Ruhe. Ich bin der süße, sexy Prinz von Insom... Nee, ja, das könnte wahrscheinlich das Problem sein. Wie komme ich denn jetzt da hin? Wie kann ich denn jetzt da hin? Wie kann ich denn da hin? Wie kann ich denn da hin? Die Genitalien ist noch heiliger. Okay, dass die nicht ganz koscher sein kann, ist mir schon aufgefallen. Aber okay. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich hier hinkomme. Irgendwo da sollte der wilde Chocobo sein. Da ist ja ein Chibi-Wibi. Was bist du denn? Karpfenkröte? Ich habe das Gefühl, dass ich die nicht töten sollte. Lass mich. Sei eine liebe Glitchkröte. Ja, das warst du wohl gedacht, du Glitchi. Hat Glitchi gedacht, sie kriegt mich? Ich weiß gar nicht, welches Level die haben. Ich sehe gerade gar nichts. Ich hoffe, die kriegen wir mit. Ich glaube, die sollten wir mitbekommen. Ich möchte an ihren Po. An ihren Po. Alle voll serious am Kämpfen und eher einfach so Foto machen. Okay. 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 Aber doch, wir sind schon echt? Okay. Wir sind schon Level 27, äh, 25. Ich hätte gedacht, 27, ich hätte es richtig... Doch. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen zum Chocobo. Ich komme hier nirgendwo lang. Hier geht es... Sag mal. Wie komme ich denn da hin? Das ist jetzt strange. Vielleicht doch von der anderen Seite? Chocobo, komm mal her. Komm mal her. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Ja, das ist ja. Ach, mein Chocobo heute immer ab. Nein. Das war klapp. Freddy, Freddy, komm her. Krötenkoteletts. Ich weiß ja nicht, ob ich das Essen überregne. Ich meine, Kröte essen, das ist ja schon ein bisschen pervers. Ich will es ja wirklich nicht sagen, aber... So, ich gucke jetzt, ob ich hier rechts irgendwo lang komme, weil da ging es ja damals, glaube ich, aus so einem... ...mich im Monster versteckt, weil ich muss ich da ja noch hin. Ich rufe den Choco jetzt nicht nochmal, weil gleich kommt ja eh wieder ein Monster. Wie komme ich da hin, verdammt? Ihr geht es nicht lang. Ah, sie hat ihn sogar erweckt, okay. Das Viech hat mich fast zerquetscht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr dafür danken soll. Ich meine, wenn sie einen zerquetschten Ehemann möchte, ist das ja schön für sie. So, ich gucke mal, aber irgendwie, I don't know. Habe ich das Gefühl, ich komme da gar nicht... Oh, doch, hier vielleicht hin. So. Und das bei diesem Kackwetter. Ich hoffe, das ist... Oh! Da war schon einer, glaube ich. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Dabei sind die immer so niedrig und so lieb zu uns, aber der mag uns nicht. Wälder sind da wohl ein bisschen scheurer. Ich hoffe, der ist jetzt nicht im Gesteck. Ich hoffe, der ist jetzt nicht im Gesteck. Also, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Vielleicht haben die sich da jetzt eingenistet. Jetzt, wo das Viech-Mode weg ist. Geh lang. Lass, einmal in die Knie, bitte. Wir starren dir doch gern auf den Po noch. Das weißt du doch. Leider erkennt man nichts. Oh, da ist er! Aber wie kann ich den fotografieren? Warte! Hey, du Süßer! Ich hab ne Kali! Gesundheit! Du darfst einmal am Noctis schlecken. Glaub mir dafür, wenn andere Geld bezahlen. Komm her! Ich will das Foto haben. Du sollst doch nicht immer springen. Jetzt! Tja, immer diese Weiber, wa? Ähm, da! Aber wie bekomme ich den? Uh, verdammt! Es wär schön, wenn er nicht immer hopsen würde, sondern wirklich bei X das machen würde, was da steht. Ha! Ah, das ist ja. Ah, Choco-Olibe. Ah, das ist ja. Ja gut. Dankeschön, liebes Baby. Dann haut der Noct wieder ab. Das ging erstaunlich schnell, ja. Aber wir haben hier ja sowieso noch so viele Missionen offen in der Region. Und wir haben sicher auch noch neue bekommen. Von daher... Da liegt ja noch was. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder einen Schock auf. Gegehen habe ich nicht, nein. Wenn ich etwas gerne gefixt haben möchte und es etwas gibt, was ich blöd finde in diesem Spiel, dann ist es dieses X. Dass sie Sprung und irgendwas halt anklicken auf X beides gelegt haben, ist jetzt nicht gerade optimal. Weil irgendwie... Ihr seht es ja, er springt immer, wenn ich irgendwas machen will. Also ein bisschen nervig auf Dauer, finde ich persönlich. Baby-Athan ist ein Vibe? Echt? Okay. Äh... Wie komme ich denn wieder zurück? Ach da, okay. Ich hätte immer gedacht, das wären männliche Schlangen, Fischi, aber... Ich habe ja auch die Regalia gesagt. Also, who am I? Hauptsache, Noctis ist doch wirklich ein Kerl. Darf ich mal nachgucken? Also, nur... Nur für die Forschung, Noctis. Ich mache das total uneignützig. Ich will nur... Ah, you know. Ähm, was? Ja, tada-dam. So, ich komme hier wieder zurück. Ich habe das. Ähm... Na, müsste eigentlich funktionieren, hoffe ich. Ach so, du isst gerade, Ven. Okay. Ich dachte, was knistert denn hier schon wieder? Und das ist nur Ven. Das ist ja cool. Ich möchte auch gern Miss Gentiana. I am a bit... Äh... Jealous. Apropos... Was mir eingefallen ist... Wir können hier, glaube ich, auch irgendwo Chocobo-Rennen machen, ne? Das habe ich nämlich beim letzten Mal noch gar nicht ausgetestet. Ich weiß gar nicht, warum. Ich schäme mich dafür. Das klärt ein bisschen auf. Hübschi. Ja, wo seid ihr denn? Aber erst mal. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Irgendwann weißt du uns noch einen Finger ab. So, dann erst mal den Bericht. Yo, Typi. Ach ja, ich muss das hier machen, ne? Wo die Katzern? Wo die Katzern? Wo die Katzern? Chocobo-Leckerlis. 2, 2, 2, 2, 4, you. Oh. Und XP ist you. Na, gib her. Gib her. Selpatolsam. Domasam. Mamuksam. Das hört sich an, als ob ich die bepflanzen soll. Ah, also, ne. Nicht bepflanzen. Wie heißt denn das? Ähm. Naja, künstliche Befruchtung und sowas. Halt. You know. Was willst du diesmal? Oh. Ja. Chocobos retten. Ihr wisst doch, die Welt geht unter und so. Egal, Hauptsache, wir retten die Tiere. Genauso wie ich diese Pummel-Chocobos voll nütlich finde. Warum kann ich die nicht streichen oder auf den Arm nehmen? Hau, 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 hau. Ich weiß, wann ich es denken kann. Bin ich die Einzige, die nachts eh schöner findet? Ich glaube, ja. So, und aus Prinzip natürlich. Komm her. Komm her. Lass dich lieb haben. Lass dich lieb haben. Ich glaube, er wurde gerade gekockblockt. Warum denn das? Ihr habt mich doch lieb, oder? Beim letzten Mal ging das. Boah, das merke ich mir jetzt aber. So, anyway. Lass mich mal ganz kurz. Genau, hier war nämlich, glaube ich, Chocobo Race. Genau, das hatte ich nämlich gesehen. Aber irgendwie sind wir da nicht hin, wenn wir das letzte Mal hier sind. Ich weiß gar nicht, warum. Ob es da überhaupt schon ging oder nicht. Hi. Ja, mehr als genug. Ups. Sorry, ich wollte dich gerade gar nicht rufen. Oh, hier kommen auch keine weg, wa? Ich glaube, bis wir Niflheim in den Po getreten haben. Kann ich mir ganz ehrlich aber immer noch nicht vorstellen, dass es nur wegen den Terroristen ist. Ich glaube, da steckt noch wer dahinter. Die suchen uns ja sicher auch. So, einmal gucken. Sieht halt schon cool aus. Ups. Ines, nicht wieder shoppen gehen, Mami. Wir haben genug zu futtern. Chocobo Races. Juhu. Hier mache ich nämlich noch gar nicht. Seht ihr? Hier ist aber auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert und ich weiß, ich wäre mal komplett schlecht in Chocobo Races. Kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich Chocobos liebe. Ja. Lass mich bitte gewinnen. Ich gewinne sowas nie. Oh, Chocobo Wissen. Achte auf, das ist ein Chocobo. Ja. Okay. Oh Gott, Chocobo Rennen. Erreich als erstes Ziel. Werde ich nie. Wenn du die Strecke verlässt oder die Kontrollpunkte nicht in der richtigen Reihenfolge aufläufst, wirst du disqualifizierst. Fängt das schon wieder toll an. Okay. Ausglauerhaft. Was muss ich denn? Go. 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 Start. Der rennt schon voll vor, der Sack. Wie kann der so schnell sein? Das gibt's nicht. Ich verliere jetzt schon das erste Testrennen. Aus dem Weg. Ich bin der Prinz. Ich muss gewinnen. Sonst blamiere ich mich ja komplett. Los, beweg dich. Ich will mich nicht blamieren. Ich kann sowas echt nicht. Wie lang ist er noch? Jo, Jo, donna. Sag das jetzt bitte nicht so laut. Lauf. Go. 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 Nie. Nie. Ja. Oh Gott. Ja, war zujoiwa. Oh Gott. Neue Bestzeit. Juhu. Ich glaube, ich muss mein Chocobo ein bisschen verbessern. Ich bin nämlich daran echt nicht gut. Juhu. Yay. Hab ich was gewonnen? Oh, okay. Oh, der klatscht will mich. Guck mal, der mag mich. Hehehe. Ja, die Kiri ist gut, ne? Ich weiß, ich bin voll geil, ey. Ja. Das erste Mal, dass ich ein Chocobo-Dings gewonnen habe. Gut, ich glaube, hier ist auch nur der Parcours. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo ist denn? Nein, nicht Karte. Ich muss ja mal an die Aufgaben, sonst sehe ich die ja nicht. Wo ist denn? Da hinten? Oh. Hab ich da sonst doch was in der Ecke? Ja, das ist noch ein weiter weg. Ja, noch weiter. Das ist da. Das ist halt alles so extrem querfeldein verteilt, wisst ihr? Was ist denn hier? Obwohl, ich komme ja im Moment eh nicht so shitnet zurück, oder? Ich weiß nicht. Kommen wir wieder zurück? Ich meine, hier ist ja, glaube ich, wieder dicht, wie es aussieht. Weil die haben ja die Straßensperren und so gemacht, haben sie ja gesagt. Und die Regalia habe ich ja auch nicht. Das heißt, ich glaube, den Regalia... Na, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Naja, ich markiere es einfach mal. Wir können ja in die Richtung... ...gehen. Ich muss ein bisschen umgucken. Hallo, Schatze. Hab ich schon gesagt, dass das mit dem X echt blöd gemacht ist? Okay, dann wollen wir mal. Hattahü! So. Schauen wir mal, was wir da haben alles. Können wir noch mal ein bisschen uns umgucken? Ach, sieht halt schon cool aus. Oh, Entschuldigung. Achso, soll ich vielleicht hierbleiben? Ich weiß nicht. Scheint richtig zu sein. Das stimmt. Ich weiß nicht, muss ich die jetzt eigentlich selber suchen oder kommen die wieder von der Story rein? Da bin ich mir jetzt nämlich gar nicht, ich glaube, ich muss da eher lang, ähm, gar nicht so sicher. Das wurde jetzt nicht so genau geklärt, ob die jetzt, ähm, von nun an immer noch Hauptquests sind oder Sidequests oder... Äh, ich bin mir nicht richtig sicher. Ach, ich hab meine Chocoboos, das geht zur Not auch. Hallo Leute, ich wollte nur mal gucken, ob hier was ist. Hi, guck mal, ich hab einen Chocobo. Ladies? Ahem, ladies? Ähm, ladies? Ladies wollen nicht. Bleib mal kurz stehen. Die wollen wirklich nicht mit mir reden, okay, okay, that's good. Die sind halt sowieso hässlich, so. Ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Komme ich da hoch? Äh, ja. Okay, wohl nicht. Entschuldigung. Chiri ist wieder am umgucken. Nope, er kann keine Leitern... ...laufen. Na gut, nix weiter hier. Na komm. Ich bräuchte eigentlich einen Namen für ihn, aber mir fällt nix ein. Doch, dann schauen wir uns mal weiter um. Die großen Felder von Daskei. Sieht schon cool aus. Brr. Das nehm ich mit. Blaustchein Mineral. Uh, seht ihr? Das brauch ich sicher. Wenn ich irgendwann mal wieder mein Auto hab. Jo. Hab ich schon mal gesagt, dass das Spiel echt hübsch aussieht? Boah, guckt euch das bitte an. Manche würde ich gerne selbst einfach... ...stehen bleiben und... ...Ähm... ...Fotos davon machen, weil es so hübsch aussieht. I don't know. Was? Wer will mich wieder umbringen? Niefelheim? Wie finden die mich immer? Hat mein Chocobo irgendwie einen Radar-Arsch? I don't know. Aber angreifen tun sie mich ja irgendwie nicht. Komme ich hier eigentlich auch hoch? Tatsache. Hui. Hui. Ich guck mich grad einfach ein bisschen um, weil es so hübsch ist. I'm sorry. Hör? Wer wollte mich grad umbringen? Kann man hier eigentlich auch irgendwo angeln? Habe ich hier nämlich noch gar nichts gesehen, Groß. Außer eben da hinten, wo wir waren, für... Das Königsding bei Les Salom. Das ist ja auch schon wieder eine ganze Ecke weiter weg. Uh, uh, uh. Da ist noch was. Moment, da ist noch was zum Sammeln. Komm, ich will wieder jemanden umbringen. Wer will mich umbringen? Ah, ihr kleinen Wissen. Hallo? Passt auf, wo du hinschießt. Wirklich? Uh. Ah, klare Schleppdruck. Okay. Okay. Wird da ein bisschen rumgucken, lohnt sich doch immer. Äh, Jockey B, bist du wieder abgehauen, weil die bösen, bösen Leute kamen? Na. Ach, ich kann das ja auch gegen den Anruf anlocken. Was eigentlich ganz cool ist, wenn man ein bisschen leveln möchte, ne? Finde ich. Jagdaufträge müsste ich auch mal wieder annehmen. Aber dazu brauche ich erst mal eine Soho. Und jetzt von hier oben. Juhu. Ähm. Nein, ich bin schneller. Ich bin schneller, habe ich gesagt. Geh weg. Hahaha. Ähm, sorry. Manchmal geht das Kind in mir einfach durch. Ja, ja, lass dich doch überfahren. Kein Ding, Gladio. Kein Ding. Jetzt ist hier aber auch nichts weiter. Und was ist denn da? Oh. Da liegt auch was auf dem Boden. 300 Meter? Okay. Okay, was ist da? Oh, ich gehe erst mal dahin und auf den Rückweg dann. Zu den Häusern da. Ähm, um euch komme ich mich vielleicht auch noch auf den Rückweg. Wenn ihr dann noch da seid. Wenn ich es überhaupt noch schaffe und nicht wieder irgendein Level 50 Monster oder so erscheint. Weil es ja schon wieder Nacht ist. Wie kann ich nachts unterwegs sein? Ich fühle es etwa. Ich sehe gar nichts mehr. Unter welchem Schiff? Hä? Wir waren doch noch gar nicht auf dem Schiff. Oder? Bin ich jetzt komplett doof? Dekorative Flasche. Bin mir gar nicht sicher, auf welchem Schiff dann. Ich wundere, Kiri. Was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh nein, Chocobo. Schatzi. Ja, natürlich. Der kann alle meine Heiltränke haben. Was ist denn jetzt los? Ich vers mindful. Und wenn ich nicht these lata schon например bin. Ja, klar? Oh мне ichやって. Ja, hier bin ich ja. Yanke, sagst du慢est? Nein doch nicht. Ich juge. Ich gehe, ja das mal. Ich gehe, sagst du? Was ist hier? Ups, der war schon tot, glaube ich. 44? 45? Okay ja, zurück, gehen wir nach her? ich wollte ja noch da hinten hin. Wahrscheinlich finde ich, das ist nicht mehr. Haha. Das war doch hier irgendwo, oder? Da hinten, ne? Glaub ich. Wird das schon wieder hell, oder dunkel jetzt? 1,20. Oh, okay. I don't know, ob wir es so einfach haben werden. Waren wir hier schon? Und was ist das hier? Warum ist das hier so hell auf einmal? What is... What is hier los? Oh. Aliens. Hier waren wir aber schon, ne? War das hier nicht mit der Eulen? Protestradsstätte. Ich glaube, hier waren wir schon einmal. Ja, ich glaube, das war hier. Moin. Okay, das kennen wir auch schon. So, moin, Leute. Keine Informationen, okay. Was habt ihr denn an Monsterchen zum Töten? 38? 41? Ja, ich glaube... Ja, ich glaube... Nein. Typi, geht's dir gut? Du siehst so tot aus. Ach so, tanken muss ich eh nicht. Da bin ich jetzt, ne? Hatte ich nicht auch... Da ist das, ja, ja. Das hier. Ach, das muss ich erst mal nach... Okay, von da oben machen. Weil er wollte ja vom Süden auch machen. Wegen der Sechs. Das ist doch auch von Gefahr. Ja, den muss ich auf dem Rückwegbericht erstatten. Ich weiß. Auf der Structus. Aber nach Lestallum komme ich im Moment auch nicht rein, ne? Sehe ich gerade. Das ist doch doof. Hab ich das mal eher gewusst? Ich meine, ich kann sie jetzt natürlich hier mitnehmen, ne? Aber im Endeffekt... Fuck, kann ich hier nicht abgeben, weil ich nicht nach Lestallum komme. Aber jetzt hoffen wir mal aufs Beste. Ich hoffe, mit dem Chocowo komme ich besser nachts durch. Das frage ich mich auch. Warum? Wenn wir Gegner sind. Hahaha, tschüss zu Depp. Ja, irgendwie ist es aber sehr hell dafür, dass es Nacht sein soll, oder? Ist das welchen Bug? Na, guck mal, wie hell es plötzlich ist. I don't know. Ja, ich laufe. Ja. Haha, ihr doofen Niefen. Ich laufe, ihr doofen Niefen. Trick erlernt. Irgendwann kann er den Gegner nun mächtige Tritte verpasst. Tschüss. Aber wohl langsam wird sich die Level 30 Gegner eigentlich schaffen können, oder? Also, ich meine ja nur. Könnte ich eigentlich mal versuchen, aber eigentlich habe ich Angst. Ups. Ja, ja. Tschüss. Der versucht es aber auch immer wieder, ne? Der lernt voll nicht dazu. Der Depp. Ha. Jo, Leute. Wie komme ich da hoch? Wie, wie komme ich da? Wie komme ich? Spring, mein Großer. Kann ich? Da. Da. Aber, aber, aber. Ja, jetzt grunst doch nicht, du Fetti. Ich will da, ich will da hoch. Ich will da, aber, aber wie komme ich denn? Hä? Ich will das Item haben. Ich bin so fett dafür. Voll fies. Hallo. Ich brauche mal was. Ein paar Böhnchen. Wo denn? Achso, da hinten natürlich. Ah, klar. Immer auf die Kiri. Naja, die sind ja gleich in der Ecke. Ich hoffe nur, das Fetti kommt jetzt nicht. Hallo, Typis. Ich bin klar. Au. Das hat mich. Ich bin klar. Ich bin klar. da ist jemand tot oder vogelscheu ich bin mir gar nicht so sicher ja den jetzt ist nicht mehr so gut das hier auch nichts zum ernten nur diese drei kleinen erbsen dafür habe ich das alles gemacht ehrlich das leben eines prinzen habe ich mir anders vorgestellt klar wo ist denn das wo ist das richtig das war da ja aber da komme ich jetzt noch nicht lang oder ich glaube hier komme ich ja nicht rüber und der rest ist dicht das heißt da komme ich noch gar nicht schön also würde ich jetzt halt mal behaupten bisschen schade ist du bist da genau da kann er ich kann jetzt vor allem machen aber das bringt mir wie gesagt nicht viel weil ich halt einfach nicht da zurückkomme gelb frösche ja da habe ich glaube ich noch gar nichts für glanz aufrädern bisschen schaddy ist das grad das ist ganz da hinten ja da können wir noch hin ist hier denn sonst doch irgendwie was guck mal hier was haben wir da woher kam hältst jagd tagebuch eins die erste mission endlich die erste mission doch die euphorie war schnell verflogen als ich mich hoffnungslos in der wildnis verlief und dann auch noch von starken regenfällen überrascht wurde verrierend und geschwächt wie ich war wäre ich selbst leichte beute gewesen und so erlegte ich notgedrungen eine kröte und röstet sie über dem feuer vielleicht war so der hunger doch das krötenfleisch war erstaunlich sart und köstlich ich esse kein krötenfleisch forget it ist hier noch was ups nein ich drücke nein mein gott was mache ich denn ich glaube sonst ist hier nichts ist eigentlich schade dass man so in die häuser nicht rein kann ich mein klar das ist extrem open world und so ne aber das hätten sie eigentlich noch machen können habe ich hier sonst kein refugium oder habe ich hier einfach noch nichts entdeckt ich meine hier ist eins aber wir müssen da können wir eigentlich hier lang laufen aber ich gehe mal ein bisschen zu fuß dass ich nicht immer absteigen muss aber ich bin mir nicht ganz sicher ob hier irgendwie was ist könnte auch ein angelplatz oder so mal wieder hier sein finde ich mein wasser hier wasser ist hier ja also könnte man ja meinen dass hier auch irgendwo ein angelspot ist aber sag ich doch nö erstmal in ruhe angeln schauen was wir hier fangen können wenn wir hier gerade eh sind verdammt ich weiß nicht mehr wie es ging könntest du da hinten bitte aufhören rumzurell ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren danke ich sehe hier auch gar nichts sag mal typisch ja gut gut ich will wenigstens wissen was es hier gibt ich will wenigstens wissen was ich bin schon ziemlich genau ja ich weiß ja ich weiß ja los ich habe euch doch gerade hier gesehen ja los boah könntest du jetzt die kappe halten please ich bin ein böses monster warum wollen die mich denn alle nicht komm schon die haut immer gleich ab warum haben die denn angst vor mir ist auch egal ob ich schnell mache oder nicht mache oder vielleicht muss ich auch wirklich vielleicht gibt es auch welche wo ich einfach eine stunde die angel nur drin haben muss also gar nicht bewegen also wenn ich bewege wollen sie nicht wenn ich nicht bewegen wollen sie nicht was habe ich denn sonst noch keine ahnung ich weiß halt auch nicht ich kenne mich mit angeln auch null aus na komm komm hier ich wollte wenigstens ein hier mitnehmen aber irgendwie das ist halt auch wirklich was was ich eigentlich eher privat machen sollte entweder auf screen oder halt wahrscheinlich eher beim zweiten mal durchspielen wenn ich es privat spiele weil ähm ich weiß dass ich keiner schon ein angeln reinziehen möchte deswegen bin ich immer ein bisschen hektisch dabei weil ne ich weiß angeln ist es nicht wirklich das interessantste zum zusehen deswegen möchte ich das nicht wirklich ich kriege hier ja nix im netplay machen sondern halt privat oder halt beim zweiten durchspielen deswegen sorry oh hier ist ja auch noch was das habe ich gar nicht gesehen was ist denn hier wach 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 wenn ich hier irgendwann wieder rauskomme ja 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 ich weiß wo ist denn hier hm 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 ja das ist die angelstelle aber geschäft angelladen ja ja sehe ich ja hier ist ein schöner angelladen finde ich auch mhm vielleicht nur tagsüber mhm äh äh laut map müsste der da sein aber irgendwie nö vielleicht wirklich nur tagsüber don't know das stimmt momentan reicht es nicht so gut für uns nicht weil wir die fische wollen was mit uns zu tun haben ja 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 das geil das bin ich mal gespannt wie ich da hinkomme haha ja ich hab ba 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 scheiße man man kann wirklich man kann eigentlich man kann nichts machen huch ist das hier ein Refurbium bist du ein du bist keine Refurbium nope ok 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 du bist einfach nur ein stranger berg Es ist so cool. Ah, Prompto ist voll verknallt. Da hinten müssen wir hin. Ach, ich mag Schieten ja eigentlich auch. Wie gesagt, ist halt leider nicht in der Gruppe, ne. Oh, ihr seid ja nicht wild. Wow, Hilfe. Ich mach ihr bitte auf, mein Schokobot zu hauen, ihr Säcke. Kann ich nicht benutzen? Kann ich nicht benutzen? Du musst doch nicht immer abhauen, Schokobot. Oh, ich bin vergiftet, verdammt. Das dann auch noch. Naja, haben wir heute einen leuchten grünen. Nock das. Nein! Verdammt. Deswegen lohnt es sich kaum. Oh, man will zwiebeln. Okay. Werden wir sicher nochmal brauchen. Und weiter geht's, mein Freund. So, da gehen wir noch hin. Dann kann ich nämlich danach den Part schneiden. Oh, das ist echt groß, ne. Oh, da ist auch diese Fabrik oder so. Oh, die Sonne geht auf. Oh, ein Stein. Hier möchte ich einfach mal runtersliden. Aber da muss ich grad leider nicht hin. Schade. Das kann ich auch keine Items aufheben, während ich laufe. Winzige Feder, okay. Naja, ihr seid wieder alle viel besser als ich. Ich weiß. Ah, hier ist einfach mal wieder ein... ...Haus. Seid ihr die Viecher, die ich umbringen muss? Ne, ne? Oder? Ich bin mir grad gar nicht so sicher. Ach, Mist, ich hab gott gewechselt. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, hi. Du seid? Ah, einofi. Hi. Hi, hi. Hi, hi. 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 Obwohl wir ein Foto davon Aber generell war der das doch, oder nicht? Aber wahrscheinlich muss ich genau den Speziellen erlegen Sonst zählt das nicht Naja, ist ja gleich um die Ecke Ist ja kein Ding, kein Ding Äh, okay Hallo ihr Süßen Moin Ihr seht aber böse aus Moment, Moment Ich muss mal ganz kurz Näh, was machen Feuer, Feuer, Vita Vita will ich ja nicht unbedingt Feuer, Feuer Ja, aber wirklich besser wird es halt auch nicht, ne? Habe ich so das Gefühl Risiko Feuer, E.P. Feuer Gebär den Anwender E.P., okay E.P. Erfahrungspunkte? Probier ich mal Jetzt reifelt doch mal weg, verdammt Ihr sollt euch ein bisschen Verwingsen Na, das hat ja sogar funktioniert Ups, ich gucke mich wieder selbst ein bisschen ab Egal Alles super Egal Und En Ich gucke mich auf Fangen Mal weg da. Was fand das denn? Bist du denn doof? Why? Da fisiere ich den an und er macht auf sich selber Feuer ernsthaft? Wow. I don't know. I don't know, Loiter. Heito. Entschuldigung, alles super. Was ist denn das? Ach, nur eine Flasche. Entschuldigung. Das lief ja super. Das lief ja geschmiert. Geil, alles geil. Manchmal habe ich keine Worte dafür, für mein Kämpfen. So, Kadi. Da ist aber auch... Ja, aber ich komme wahrscheinlich nach Lestalem. Ist hier nur eine Fundstelle? Nein, nein, aus. Wo ist hier eine... Wo ist hier eine Fundstelle? Wo ist hier da eine Fundstelle? Ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich... Das sieht nicht so aus, als ob ich da rüberkomme, ne? Also jetzt hier drüber, um nach Lestalem zu kommen. Wäre wahrscheinlich zu einfach. Dann würden die Straßensperren ja keinen Sinn ergeben. Wenn man trotzdem reinkommt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, klar. Klar. Ja, ich doch. Happy. Das ist das. Ich glaube, ich weiß, ich soll mir erst das einsetzen. Jetzt ist mein Schockibibi schon wieder weg. So, ich würde jetzt gerne nur schlafen gehen und dann... Ja, das kann ich auch... Ja, das kann ich... Aber... Ich finde hier wahrscheinlich nichts zum Schlafen. Gibt es hier nicht auch irgendwo ein Camp vielleicht in der Ecke? Nee, das sieht nicht so aus, als ob ich da hinkomme. Das ist ja viel zu hoch. Oh, hier ist aber ein Lagerständer. Das ist gut. Aber da werde ich leider nicht hinkommen. Da. Schade. Na gut, Leute. Dann mache ich hier Pause. Ähm... Und dann machen wir halt... Ja, weiterhin natürlich Sidequests. Ist ja klar. Allerdings... Ja, werde ich dann höchstwahrscheinlich... Wenn die Quests erstmal nicht abgeben können. Was im Endeffekt da doof ist, weil es mir dann gar keine Erfahrungspunkte gibt. Ha, ha, ha. Aber da komme ich ja nirgendwo rüber. Und die Straßen sind dicht. Ha. Mystiker Myst. Naja, aber dann haben wir es schon mal irgendwie erledigt. Wir werden ja sicher nochmal nach Mustalum kommen. Ich stecke fest. Nach Mustalum kommen. Ja. Ich absolviere hier mal. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns zur Pause. Ich meine, es ist eh den ganzen Tag gleich düster. Von daher können wir jetzt auch schlafen. Da. Ja. Ich freue mich, das geht nicht. Ich freue mich, das geht nicht. Ich freue mich, das geht nicht. Ein Tag, genau. Das heißt, ein bisschen Resten. Was gibt es denn heute leckeres? Mh, lecker Toast mit nix. Ich habe aber auch so viel. Was gibt es denn heute mal? Pökelfleisch. Pökelfleisch. Fitnessbrot. EP-Gewinn plus 20% wäre halt auch cool. Wenn man halt ein bisschen... Ich meine, ich Zeitquests hier ein bisschen. Wenn ich dann ein bisschen mehr EPs bekomme, wäre auch ganz gut. Klare Schleppsuppe. Okay. Schützt für Gift. Oh, sieht auch cool aus. Es gibt so viele leckere Sachen einfach. Oh, Kuttelsuppe. Ich glaube, ich mache einfach... Wo war es denn jetzt? EP-Gewinn. Dann gibt es heute Fitnessbrot. Kommt! Und mein Chocci-Bi-Creme. Ist eigentlich egal. Risse das. Sehe ich nicht mehr das lecker Essen heute, oder was? Ja, das ist jetzt nicht wirklich viel gewesen. Ah, Talentstufe. Neußer Sepp Schnitzel mit Tonartensauce. Schnitzel! Cool. Okay, ich habe nicht mal mehr das Essen heute gesehen. Ich fühle mich ein bisschen... krass. Okay, was auch immer. Es sieht sogar cool aus. Oh, danke. Was ist das denn? Oh, wie er sich anstellt beim Füttern. Da diskutieren sie so. Ja, ich hasse dich. Oh Mann, ich brauche wirklich ein neues Level, glaube ich, langsam, ne? Okay. Weil ich, ähm, kann kaum noch Foto speichern, sehe ich gerade. Nein! Wollte ich jetzt mein Essen? Nein? Warum nicht? Ich will das Essen sehen. Das ist immer lecker. Das ist voll doof. Ne. Ne, war gut. Ne, dann halt nicht. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Präuschen und dann schauen wir mal im nächsten Part, dass sie wieder zurücktraben. Und ja, nach Listern geht es ja leider nicht. Das heißt, wir machen natürlich weiter mit Sidequests. Ich weiß nur noch nicht mit was. Da komme ich ja erstmal auch nicht hin, ne? Also jetzt da hinten. Ich komme jetzt ja nirgends hin, weil es ist ja alles dicht. Ja, habe ich jetzt ja gut gemacht. Kiri, Kiri. Da könnte ich noch hin. Ähm, da? Obwohl, ja doch, da könnte ich, glaube ich, noch hin. Da war ich auch noch nicht in der Ecke. Können wir also vielleicht... Das hatten wir genau. Verglanchert. Ähm. Ja gut, ich nehme jetzt erstmal die hier an. Wie gesagt, ich... Ja. Kann sie ja machen, aber zurückbringen wird wahrscheinlich noch nicht gehen. Oh, oh, oh. Oh, Fertigkeiten. Das mache ich noch schnell. Ähm. Ach, ne. Magischer Block ist... Langsam wird es schwer, sich zu entscheiden, was man macht. Ausweichenden Luft finde ich immer noch so. Ne. Äh, P beim Treffer in der Luft heben. Nehmen wir das mal. Das Ignis auch mal was Vernünftiges hat. Hier hatten wir ja schon... Prompto hatten wir schon was, ne. Genau, tödliche Angriffe sind sogar ganz gut. Die hatten wir auch, ne. Da. Haha, ja. Da kann ich sparen. Das. Ja. Das ist... Sturmstege versetzt. Oh. Auch nicht schlecht. Aber ich schau mal weiter. Hier hatten wir das Accessoire-Slot, genau. Aber die sind halt auch, ne. Die nehmen halt auch so viel weg. Das kriege ich alles noch nicht hin. Ignis könnte noch einen. Ach, komm. Dann könnte ich noch Accessoires nehmen. Kriegt der auch noch eins. Naja, für elf kriege ich wahrscheinlich nichts mehr. Oder? 18. 32. 32. Ja, gut. Das ist... 12. Hahaha. Ach, Wartemodus. Ja, aber Wartemodus benutze ich ja auch gar nicht. Das bringt also auch nichts. Königswaffen. FP 0. Habe ich schon. 24. 24. Und 24. Okay. Ja. Naja, gut. Dann schauen wir mal, was wir noch für dich haben. Carbonreif. Mehr AP ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder halt... Granat... Erhöre die Stärke. Schützt vor Confuse. Erhöre die Vitalität. Was macht denn das Fechterring nochmal? Auch Vitalität, ne? Genau, plus 60. Nimm mal das mal. Und du hast... Sametist am Band. Erhöre die Stärke. Aber hatten wir nicht was Besseres für die Stärke schon? Ne, ne? Okay, jetzt hat er wahrscheinlich den anderen. Krügerer Anzug. Hör mal das nochmal. Und du hast das. Okay. Gut, Leute. Dann schauen wir im nächsten Part, dass wir... Dort hinten mal hinkommen. Zwei Kilometer. Kein Problem. Und der Part dann auch wahrscheinlich kürzamer wird. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.